Hit Radio FFH. Achtung, Alexa. Herr Grünhegel, hallo. Hallo, hier spricht Daniel Fischer. Bin ich da beim Briefmarkenhändler? Richtig. Sehr gut. Ich habe nämlich über meine Alexa angerufen. Ja, 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 ich kenne mal. Und zwar habe ich von meinem Opa eine Kiste Briefmarken geerbt. Oh, wow. Und die liegen jetzt gerade alle hier auf dem Wohnzimmertisch. Ja. Daher bräuchte ich jetzt dringend ein Album. Muss auch nichts Edles sein. Bekomme ich das bei Ihnen? Dann kriegen Sie bei mir für 10er ein ganz dickes Album, wa? Oh, jetzt hat es gerade an der Tür geklingelt bei mir. Sekunde, ja? Bei Ihnen hat es geklingelt. Ich dachte, bei mir. Nee, das war bei mir. Ich erwarte ein Paket. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja, ja, gehen Sie mal ran. Gehen Sie mal ran. Ich warte. Hallo, hier spricht Alexa, deine persönliche Sprachassistentin. Hallo, Alexa. Hattest du einen schönen Tag? Ja. Achtung, die Temperatur in der Wohnung übersteigt 22 Grad. Oh, das ist viel. Soll ich das Fenster öffnen? Ja, bei 22 Grad ist es besser, Fenster zu öffnen. Alexa öffnet das Wohnzimmerfenster. Danke, Alexa. Für einen besseren Durchzug empfehle ich auch, das Küchenfenster zu öffnen. Richtig, dass ein bisschen Durchzug geht. Die Außentemperatur ist zu hoch, um das Raumklima zu senken. Soll ich den Ventilator starten? Ja. Alexa startet den Ventilator. Gut so. Soll ich mittlere Geschwindigkeit einstellen oder Taifun? Nein, nein, Mittelstufe. Hallo? Ja, hallo. Wie sieht es denn hier aus? Wer hat denn den Ventilator angemacht und die ganzen Fenster geöffnet? Die Alexa. Über sie? Ja, ja, natürlich. Das ist jetzt ein schöner Mist. In der ganzen Wohnung liegen jetzt die Briefmarken rum. Oh ja, da habe ich ja nichts dran gedacht. Oh Mann, das war echt ein Haufen Arbeit, die zu sortieren, ne? Oh, wow, wow. Alexa hat nur die Befehle ausgeführt. Naja. War ich das, Alexa? Wer denn sonst? Au. Also ich glaube, ich muss mal was auflösen. Hier ist Hüt Radio FFH. Die kennen mich ja alle. Achtung Alexa, jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.